Shrek ist auch weit weg. Jaja, aber das ist so von Shrek, das ist nicht hier... Sie sind irgendwie witziger aus meinem Map, zwischendurch sind immer so Unterbrechungen. Haha. Muss ja mal ein blauer Ladebildschirm sein. Mmmmm. Also, es ist CD! Es ist CD! Es ist CD! Big City Life! Nein, bei mir fängt es ab wieder an zu laden. Oh, da geht doch alles mal aus dem Laden raus, Alter. Muss ja nicht ganz da einkaufen. Er kam so flach wie die Brüste deiner Mutter. Mhm. Woher kennst du denn meine Mutter? Das wollte der Oma dir jetzt mal lieber nicht erzählen. Ne. Ist im Team. Private Stories, yo! Ja. Housewives. Garrier Island. Ja, ich hab die ganze Zeit so'n blauen Bildschirm, wo ich sie einfach nur so ne gelb, so ne weiße Schrift, Garrier Island, nach unten ziehen. Ich hab die ganze Zeit nur blau. Ich hab die ganze Zeit. Die nichts. Hat der Ozean so an und sieht das blau. Nein, doch! Was? Alter, Oma! Nein, doch! Wieso? Es verhält sich auch wie so'n Zwerg gerade. Oh! Nein! Nein! Ein Elb geht unter die Erde und ein Zwerg zögert? Was? Ja, ist von Herr der Ringe. Geben die. Ein, ein, was hast du noch mal gesagt? Ein Zwerg zögert und ein Pferd... Nein, ein Elb geht unter die Erde und ein Zwerg zögert. Ein Elb geht unter die Erde und ein Zwerg zögert. Das ist da, wo die zweren Toten gehen. Wo ist denn der gemischbaren Händen? Gleich muss sie mal einen Besuch abstatten. Ah, du ja. 21, 22, 43! Ach, warst du vor! Du täuscht doch! Erzähl aber nur als einer. Schiebogen! Ja, das ist auch von dieser Schlacht, aber ich weiß nicht mehr welche das war. Helmsklamm. Helmsklamm, genau. Und die ganze Zeit so ein... 21, 22! Am geilsten finde ich aber bei dem Kampf so, wo die auf dieser einen Brücke, so dieser Ziehbrücke oder sowas stehen. Du musst mich werfen, ich kann dich so entsprechen. Genau! Aber er sagt vor allem, er sagt so, er sagt vor allem, wirf mich! Er war einfach so voll so, wirf mich! Und dann er so, wie bitte? Du musst mich werfen! Das ist so geil! Das ist auch bei Helmsklamm. Ja, ja, mein ich ja. Das ist das, wo der Gandalf später über den Berg geritten kommt. Im Morgen... Wie heißt es? Sonnenaufgang, genau. Im Morgenaufgang! Der Morgen geht auf! Der Abend geht unter! Ich hab noch ne, äh, hier für dich noch so ne, so ne, so ne... Sonne! Ja. So ne Sonne! Ich hab hier noch ne Sonne für dich! So ne? Boah, so ne? So ne? Wo seid ihr denn? Spastisch veranlagt! Wie kann man relativ spastisch veranlagt sein? Tja, das versucht ich jetzt mal zu beweisen, Basti Salz Was war deine Beweisführung? Die ist aber ganz schön schlecht, Alter. Ja, halt's mal. Was habe ich denn für einen Power-A? Da steht ja mein Power-Level. Was habe ich denn für einen Power-A? Was habe ich denn für einen Power-Level? Basti, wieso hast du mir das nicht schon vorher gegeben? Hätte ich viel mehr Schaden machen können. Ist die gut? Ja. Na dann. Hammer geil. Wie viel Gläser muss ich drauf? Die sind auch noch für dich. Wahrscheinlich noch irgend so ein Hammer. Nee, das ist nicht so gut drauf. Ah, nee. Handsome Lion Boots, oh. Oh, wo war der Witz? Warum lach ich eigentlich? Du hast den Witz auch nicht gefunden. Nee, ich hab's auch nicht gefunden. Nein, deswegen lach ich. Stimmt. Jetzt weiß ich es nicht. Hey, erzähl doch mal was. Geil. Der war ja gut. Der Witz des Tages. Basti. Boah, war der geil. Hat die Fresse. Wieso kann ich die Säge nicht benutzen? Oma, lass es. Ich will die Säge benutzen. Der Moving Disco. Oh, es ist ausgelangen. Die NPCs machen die Türen gar nicht auf, die gehen einfach durch. Aber über mich beschweren, wenn ich NPCs in die Luft jage. Ich hab dich auch gejagt. Und die NPCs. Und die NPC, du Vogel. Ach, der kommt doch eh nix. Der bringt doch eh nix. Alter, du brauchst gar nichts zu beschweren, André. Fresse, Mann, ey. Weißt du, wie oft du hast du schon gemacht? Das war nur der Waffelhändler. Der kann doch eh nur eine Waffel irgendwie kaufen. Der Waffelhändler. Das war der Waffelhändler. Der hätte sowieso nur noch eine. Außerdem, warum darf ich mich nicht auch mal besperren? Nein! Du hast schon genug Scheiße gebaut. Ja, ich mach nie Scheiße. Ja sicher, ey. Aber dann, hat dir niemand beigebracht, nicht zu lügen? Ja, eben, ey. Binocchio. Aber meine Nase wird nicht länger, ne? Ja, das können wir ja nicht sehen. Dafür wird ein anderer Körperteil länger. Wenn du an Pinocchio denkst, das freut mich für dich. Ne, nicht wirklich. Das ist ja hart, Pinofell. Alter. Meine Holzpuppe, Alter. Ja, aber du bist ein echten Jungen, also von daher. Einen echten Jungen. So. Wo ist hier die Werkbank, um mal was aufzustacken? Holzpäller Simulator. Geht alle weg. Der Baum fällt. Wo ist dieses, wo ist diese Workbench oder so? Ja, die ist da hinten. Ich zeige dir den Weg. Ah. Ja, der meint das eh nicht ernst. Du meinst, die Palme steht oder was? Ah. Gerade wie ein Ständer. Dreiwettertaft. Du hast mir die tatsächlich gezeigt. Ja gut, dann. Dankeschön. So, kann ich hier irgendwas verbessern? Wie sieht es aus? So, am Fronance stelle ich mir als ein bisschen Iron her. Am Fronance? Ja. Oh geil, ich kann hier was draufdrücken. Äh. Oh geil. Äh. Was bringt denn jetzt welcher Spirit? Weiß nicht welche du hast. I Spirit soll wohl Verlangsamung bringen, Wind irgendwie weiter wegfliegen. Also wenn ich jetzt Unholy Ice und Fire drauf mache, dann kriege ich alle drei Boni oder was? Unholy bringt dir Leben zurück, wenn du jemanden tötest. Fire macht Feierschaden. Ähm. Eis verlangsamt Gegner. Und mit Wind kannst, wenn du jemanden tötest, dann kannst du schnell weglaufen. Und kann ich nur einen draufdrücken? Also krieg von einem den Defekt oder von allen? Ich hab alle draufgeholt. Ja, aber die, die, ich glaub, ich mein zumindest gehört so haben, dass die sich gegenseitig aufheben. Je nachdem. Okay. Na gut, dass ich Feuer, Wasser, Unholy und irgendetwas anderes drauf habe. Das heißt Feuer und Wasser hebt dich schon mal auf oder was? Also ich mein ja, dass sich diese gegensätzlichen Sachen, dass sie sich aufheben. Und was ist der Gegensatz von Unholy? Keine Ahnung. Holy. Aber es gibt ja nichts Gegensätzliches. Ich wüsste nicht, dass es einen Holy Spirit gibt. Aber ich weiß es halt nicht. Vielleicht ist es auch einfach nur so, dass man den ersten, den man draufpackt, dass der Effekt übernommen wird. Aber danach halt die Sachen nicht mehr. Ich bin mir nicht sicher. Aber es ist überhaupt ein anderes Holz, Alter. Warum hängt hier, warum liegt hier Stroh rum? Stroh rum? Warum trägst du eine Maske? Wo liegt Stroh rum? Sollen wir ins Inn gehen oder machen wir jetzt hier, haben wir schon Stilchen? Haben wir, haben wir, haben wir. Marcel, du fragst wirklich, wo? Ne, da fehlen noch ein paar Minütchen. Ja, dann lass uns doch noch zu der einen Quest da hinten gehen. Ja, ich sehe hier kein Stroh. Ja, aber wer kennt das wirklich nicht? Was? Stroh rum? Halt die Fresse Marcel. Du kennst es nicht, das wird peinlich. Hä? Nein. Ich wollte ja eigentlich darauf anspielen. So die Quest ist hier rechts von uns. Perfekt. Dann gehen wir hin. Wo? Was? Wo liegt der Stroh rum? Äh, das Stroh rum. Ne, das passt auch nicht. Verdammt. Wo? Na da. Du hast es sogar noch verkürzt. Wo? Einfach. Alter, das ist ja fein. Wo? Ah. Kann man natürlich auch machen. Äh, mein Liebmann hat sich ein bisschen vergisst. Hä? Leute, was mache ich denn jetzt für einen komischen Shot hier? Leute. Ich mache jetzt anstatt sechs Schüsse nur noch einen mit der Armbrust. Achso, ja, mache ich sowieso immer noch. Ach, Bombenwulft. Ne. Gehen unten. So. Wenn das hier niemand haben will, nehme ich halt mal wieder alles mit. Gluck, 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 gluck. So, wo wollten wir jetzt hin? Zu der Quest, ne? Süden. Äh, genau im Süden, ja. Das ist ein Tempel. Oh, Tempo. Ja, weißt du Bescheid, weißt du? Das ist ne Pyramide wahrscheinlich. Hat grad jemand Bomben gezündet? Ja. Wenn mir nix unnormal. Hat jemand grad die Null gemeldet, dass du dich meldest? Ja, das ist so ne Pyramide ist es, ja. Ist es? Hallo, Pat. Hallo, Pat. Du fährst da grad mit nem Boot hoch, Basti. Ja, sicher. Du fährst da mit nem Boot hoch, du Vogel. Mann, die fressen mal, die steht schon oben. Ja, du sitzt da mit nem Boot bei mir drinnen. Ja, genau. Und deine Mom sitzt im Boot, Alter. Ja, du sitzt da mit nem Boot. Äh, Test service abgeschmiert. Ja, das erklärt uns eigentlich. Hä? Ja, gut. Passt dir, du fährst wirklich mit nem Boot hoch. Und Adrian fährt unten mit nem Boot gegen die Pyramide. Okay, das seh ich jetzt auch. Okay, wir sehen uns dann gleich wieder, ne? Ja, bis gleich. Also mal wieder. Der Serverabsturz, der Server hat irgendwie Macken gehabt. Aber wir haben irgendwie entdeckt, dass der doch noch gelaufen ist. Aber irgendwie dann auch nicht. Ich weiß nicht genau. Der ist uns weggelaufen, dann ja. Ja, wir sind auf jeden Fall alle mit nem Boot die Pyramide hochgefahren. Außer ich. Ja, du warst bei dem Spaß nicht mit dabei. Wo bleibst du eigentlich, Homer? Ich bin aus Sicherheitsgründen rausgegangen, damit die Map gespeichert wird. Aber, jetzt häng ich die ganze Zeit in diesem scheißblauen Please Wait Bildschirm. Alter, die Map sind ja mal voll lächerlich, ne? Alter, ich geb mir ein EP. Und die droppen Sachen Stufe 1. Ja, aber der Boss bringt trotzdem genauso viel XP. Das ist immer so. Wegen den Quest Sachen. So, aber wartet mal ein bisschen gerade auf den Homer jetzt, bitte. Das ist eh im Level voran, wir können ab zum Boss gehen. Wirklich für Level 1 EP, Leute. Ja, ich wusste die IP aufm Stand auswendig. Ja. Ausm Stand, sagst du? Ne, aber das Ding ist halt, ähm. Ich kenn auch die IP von dem Server auswendig. Ich geb immer Localhosts an, das funktioniert das. Ja, links wieder falsch, Chabel. Der Boss, der Boss gibt trotzdem so viel XP. Ja, wir wissen es ja. Ja, halt die Fresse, man. Das erzähl ich schon die ganze Zeit. Und jetzt wieso? Ja, ja, der gibt trotzdem genauso viel XP. Ne, hier guck mal jetzt, ist mein Schuss anders aus. Der eine Trunas. Ist blau. Ne Kerle. Wissst ihr, ihr sammelt das Geld nicht an, aber spürt euch, wenn ich es tue? Ich sammel es nur nicht ein, damit Basti es einsammeln kann. Ich sammle das Geld schon ein, wenn ich es sehe. Es sah gerade anders aus. Ja, ich bin da. Ich bin tot. Oder? Ich bin auch am blauen Bildschirm, wenn ich bin gestorben. Bin to win. Hallo Cube World. Holas Massaker. Ist ja egal, was da liegt. Direkt im Boss. Da liegt eine Formula für ein Warrior. Welche Stufe? Power Level 78. Alter, was greift mich ja Colli an. Ne. Bin schon bei dir. Sag, Homa, wenn du vorbeikommst, dann mit. Ja, ja. Homa beeil dich mal jetzt. Genau, Homa. Mach doch mal was. Muss bauen. Ja. Ja. Ja, ich versau und ich bin, glaube ich, oder? Bin ich? Bin ich nicht? Du bist tot, ja. Ja. Bin ich oder bin ich nicht? Ich passe dir die Frage. Wow. Wow, was ein geiles Bild. Wow. Ich weiß nicht, wo du sprichst. Ich glaube, ich muss auch einen Spreenshot machen. In mir drin steht ein Bulle. Und ich bin genau in seinem Gesicht gespaut. Also ich bin genau in seinem Gesicht. Todeskamera. Wie geil sieht das denn aus? Äh. Drucken. So. Formular für ein Rugui. Oh, man spiele dich doch mal. Hör auf mit den scheiß SweetShots und komm her. Äh. Hier ist kein Boss. Warum ist der kein Boss? Ich würde zu gerne, was zu testen zu töten. Also früht ihn da mal. Nein, wir machen doch gar nichts. Wir warten noch. Ja, ich bin stumm am Eingang. Ja, wow. Ruhig Blut. Du musst rechts lang gehen übrigens, ne? Ja, immer links. Ja, immer rechts. Du kannst auch so lange links gehen, bis du bei uns bist, ne? Das geht auch. Nö. Äh. Doch, wenn er einer Wand entlang geht. Wow. Wir sind ja direkt fallen am Eingang. Wie fies ist das? Ganz schön fallen, ne? Äh, fallig. Fall und löst. Äh, rechts, okay. Ich hab ja letztens in The Bio gelernt. Immer wenn sich neue Nischen auftun, bildet sich eine neue Spezies. Wenn ich jetzt hier oben stehe, bilde ich mich da neu. Keine Ahnung. Adrian, du bist so'n Stück Scheiß. Alter, wie dann geht denn der Weg hier noch? Adrian! Bin ich endlich da? Ah! Ah! Wah! Bomben! Mach Angriff auf den Boss. Wo ist der denn? Ja, warte, warte mal. Wo ist der denn? Moment, der ist hier unten. Loool! Alter! 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 Wow! Ich könnte überwarten, bis ich wieder da bin. Der hat ja ganz schön Felix P. gegeben. Wow! Hat den getötet? Leck mich am Arsch! Dafür bin ich den ganzen weiten Weg runtergekommen. Ich will ja nichts sagen, aber die Quest war hier gar nicht mehr. Lol. Das ist ja nicht stimmt, dass ich da nichts abgekriegt hab von. Doch, die war hier. Nein, die war hier. Wegen dem Server oder was? Ja. Weiß. Die beiden Quest jetzt hier sind so blöd verpeilt. Egal, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Ja, ich weiß zwar nicht, wo ich hier bin, aber ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal oben wieder, ne? Ciao! Ja, bis dann. Tschüss! Tschüss!